Sooo... Dann wollen wir mal weitermachen. Mal weitermachen, ich weiß gar nicht mehr wo ich war. Von daher... Mal schauen. Ich war irgendwo in diesen Minen. Und vor allem gab es da ziemlich viele Kämpfe. Die ziemlich nervig waren, weil ich nie mit meinem Bogen kämpfen konnte. Naja, machen wir weiter. Ich hoffe, dass der Sound so in Ordnung ist. Ach, da ist die Karte genau. Hm... Current Objective. Da ist Lara Croft. Und das ist ein Dokument. Wir machen einfach weiter. Mal gucken. Und jetzt kamen direkt Gegner. Das weiß ich nur vom letzten Mal. Ja. Das ist ein Scheiß für die T-H, ja. Geht's clear! I got him! Now! Just human being! Light her up! Ich warte jetzt erstmal auf einen würdigen Kommen. Da kommen die gar nicht. Hm. Ne, das ist aber erst. Okay, scheinbar ist hier erstmal nichts mehr, das heißt... Mal gucken, ob der was hat. Ah, hier war ich glaube ich schon, das heißt, hier wird nicht mehr viel sein. Ja, ich soll jetzt nach da oben hin, das ist schon klar. Ah, das ist ja so, das ist ja so. Ach. Ach so, kann ich nicht aufmachen. Okay. Hm. Ach so, okay, da wird angezeigt, wo die Dokumente, Belikte und Fragen sind. Wo das alles ist. Hm. Da ist jetzt irgendwie wer zurück hier. Ich hoffe man kann da rüberspringen. Naja, das geht. Und... Und... sonst ist ja nichts. Von daher, jetzt geht's hier runter. Würde ich mal schätzen. Nein. Oh. oh musst du jetzt wahrscheinlich springen ein bisschen hoch ach so ich glaube ich weiß was du meinst so jetzt muss ich da wahrscheinlich drüber springen die ich werde diese auch die die das okay okay Ja, verstehe.